Ich hab ihn nicht gesehen, aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebellmine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen, ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen, aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Dunbi uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so ne Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen nach Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Und damit moin Leute, herzlich willkommen auf den ganzen Sonnengelegenen und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego City undercover. Und wir müssen anscheinend mit einem Zug fahren. Da Bahnhöfe sind jetzt aktiviert. 1 von 14. Okay. Wir fahren auf jeden Fall los. So. Perfekt. Zeigen die mir jetzt ernsthaft jeden einzelnen Bahnhof? Bitte nicht. Wenn ja, dann cutte ich das nämlich jetzt. Ja, ich hab mir den angesehen. Ah, zum Glück nicht. So. Ich hab jetzt hier einen Pfeil, wo ich hin muss. Gut. Gehen wir mal zum Pfeil. Let's go. So. Zack, zack, zack. So. Wir gucken mal kurz nach dem Auto. Warum ist denn hier nie ein Auto? Ist das hier extra so ein Ding? Kann ich den kaufen? Nee. Ah, dann laufe ich halt einfach. Moin, moin. So weit ist das gar nicht. Hier ist es ja schon. Ich hab übrigens die Halsschmerzen. Meine Güte. So. Oh. Ich bin voll tief gefallen gerade. Okay, hier ist ein Ticket. Wo sollten wir jetzt nochmal hin? Ich hab's schon wieder vergessen. Also mein Gedächtnis ist absoluter Müll. Ähm. Da muss ich hin. Hierher reisen. Ja. Wie lange dauert das jetzt? Ah, das geht relativ schnell. Okay, das ist geil. Meine Stimme verschwindet. Perfekt. So. Findest stinkhaft. Ja. Also jetzt müsste ich hier irgendwo... Warum geht jetzt meine Stimme weg, ey? Meine Güte. So, gehen wir mal hier hin. Hey du! Sofort anhalten! Nach Minenvorschrift 4 Absatz 5 darf niemand ohne Genehmigung in die Mine. Ich kann erinnern. Der Backup-Arbeiter arbeitet noch. Benutze die Dampfeifung, um ihre Schicht zu fänden. Nicht während meiner Schicht. Die ist vorbei, wenn die Schicht-Sirene ertönt. Warum sage ich das eigentlich? Ist bestimmt hier drin. Gucken wir doch einfach mal. Das Ventilrad-Film finde ich es, um mit dem Dampfer... Scheiße. Ah, da ist es doch. Wo soll denn das hin? Ja, mich nimmt keiner auf den... Oh, Schichtende. Ha. Die gehen halt wirklich weg. Boah, Papa, das ist super cool. Alles klar. Ich hab' noch... So. Gehen wir... Hoppala. Gehen wir mal hier rein. Zack. Und diese Halsschwätzen, ey. Spezialauftrag 3. Find's der Fenstermine in der Mine. Wat? Wat für'n Ding? Hoppala. Oh, Mann. Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh. Kannst du dich verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. G'voi'n Deibe. Da ist er. Puste ihn weg. Mit dem Dynamit. Was zum Guck, Guck. Okay. Wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal. Dynamit ist nicht zum Spielen da. Und du. Zieh dir Schutzkleidung an. Ei, ei, Sir. Okay. Ach, kriegen wir jetzt wieder eine neue, neue. Ne, doch nicht. Pete hätte in diesem Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste. Hat man jemals rausgefunden, warum diese Typen die Ausrüstung geklaut haben? Keine Ahnung. Vielleicht planen sie ihre eigene Mine. Damit kann man ja nur graben. Idioten, hätten sich die Arbeit sparen? Äh, was bräuchte denn hier nochmal das hier, ne? Ob mir der Vorarbeiter wohl erlaubt, etwas Dynamit zu borgen, um damit den Baumstumpf in meinem Garten zu entfernen? Hä, was hab ich denn jetzt hier freigeschalten? Egal. Ständig ist man vor fallenden Stalaktiten auf der Hut. Und dann, bumm, kriegt... Ach man, die Gleise sind noch nicht fertig. Wie soll ich die Lube mit Dynamit bewegen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Hm, erstmal, glaub ich... So ein Mist aber auch. Hab ich doch gleich am ersten Tag die ganze Anlage lahmgelegt. Da hat sich alles komplett verklemmt. Ja. Aua. Hä, was soll ich denn hier machen? Er steckt so fest, dass man ihn da raussprengen muss. Raussprengen, ja, schön. Bevor wir das Ding da nicht rauskriegen, können wir den Kran nicht benutzen. Ja, ja, ich hab's doch kapiert, aber ich muss ja erstmal suchen, was ich brauche. Hey Mann, das kannst du nicht haben. Ich brauche mein Dynamit. Aber, wenn du die Gleise reparierst, darfst du den Wagen schieben. Ja, ja. Ja, lass mich hier rein. Perfekt. So. Kommt er jetzt runter? Irgendein Zeug. Ach, das sind so Eimer. Okay. Ständig ist man vor fallenden Stalaktiten auf der Hut und dann, brumm, kriegt man den fallenden Schuh auf die Börme. Boah. So. Okay, also hier kann ich nix machen. Geh ich mal hier rüber. Okay. So. Okay. So, bauen wir uns hier mal rüber. Bauen wir uns mal hier rüber. Ich meine, gehen wir mal hier rüber. Aber da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Ganz bestimmt. Nicht unsere Preisklasse. Okay, so. Ah, hier ist jetzt wahrscheinlich diese Dings drin, um diese Steinlater kaputt zu machen. Hier ist die Kleidung wahrscheinlich jetzt drin. Weil sieht auf jeden Fall so aus. Gucken wir doch einfach mal. Ja, da ist die Kleidung. Danke sehr. Chase McCain als Bergarbeiter. Freigeschaltet. Ich kann jetzt Dynamit benutzen? Das wird ein echter Knaller. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist er. Kann ich nämlich diese Dinger hier kaputt, 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 hauen, kaputt, meine ich. Bam. Ja, erstmal hier schön alles weghauen. Bam. Batz. Batz, batz, batz. Alles weg hier. So. Okay, jetzt können wir hier erstmal alles einsammeln. Und wo sollen die Kacke jetzt hier hin? Die muss hier dran, okay. Jetzt kommt da wieder was runter. Zum Bauen, okay. Alles klar. Muss ja alles schrotten machen irgendwie. Der Silberblock steckt so fest, dass man ihn da raussprengen muss. Ja, das hast du gerade schon gesagt. Bevor wir das Ding da nicht rauskriegen, können wir den Kran nicht benutzen. Danke. Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. Geht's jetzt wieder, oder was? Aha. Okay. Gut. Jetzt können wir da hin. So. Sind hier irgendwo noch so Steine? Hier ist eins. Immer schön alles abbauen hier. Komm sofort. Ich muss hier nochmal eben das hier kaputt machen kurz. So. Pete hätte in diesem Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste. Ich habe doch gesagt, du sollst dir dein eigenes Dynamit suchen. Du hast die Gleise repariert. Beste Freunde für immer. Junge, was ist falsch mit dem? Und bam. Der ist einfach gestorben? Okay. Ich baue sofort. Ich muss hier aber eben kurz mal alles hier reparieren. Wo soll ich denn hier hinklettern? Ach egal. So, geh mir hier rein. Oh, gut. Ich werde bereits erwartet. So. Ich glaube, da will jemand verhindern, dass ich stinker finde. Ja, das ist tatsächlich möglich. So. Wir reißen ja alles ab, was es hier gibt. Boah, ich habe einfach gerade zwei Sachen kaputt gemacht. So. Zack, zack, zack. Das scheint mir eine Felskante zu sein. Hä, wo soll ich denn hier hin, Alter? Ach, ich muss jetzt da wieder was kaputt machen. So. Gut. Kaufen wir uns mal wieder Dynamit hier. So. Gib mir das Dynamit, bitte. Danke sehr. So, das muss jetzt da wieder in diese Kiste rein. Ich weiß nicht, ich habe den Dings verpasst. Ich weiß nicht, ich habe den Dings verpasst. Boah, das ist ja schon geil gemacht. Boah, das ist ja schon geil gemacht. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt, wie ich auch einfach nix einsammle. Ja, finde ich auch. Boah, Minenarbeiter ist schon ein gefährlicher Job, oder? Ich glaube schon. Hey, du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Nein! Nee, hab ich nicht gewusst. So. Ich muss das wahrscheinlich gleich kaputt hauen. Aber erstmal reiße ich hier wieder alles ab. So. Zack. Lass mich hier durch. So. Okay. So, hier noch. Und jetzt gehen wir mal durch. Mal gucken, was wir jetzt so da machen. So. Okay. Das ist Stinker, oder was? Ich glaube, das ist tatsächlich Stinker. Ich bin in grünen Steine, um in die Bergbahn zu bringen. Ach nee, ich muss jetzt Steine finden. Das bin ich gewesen. Leute, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abon, ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Saber vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sandow. Ciao, ciao.